Ich bin Quirino Bongardner und arbeite hier bei Garage Grünig AG in München-Buchsi. Ich bin 26 Jahre alt und habe vor einem Jahr erfolgreich die Weiterbildung zum Automobilserviceberater abgeschlossen. Die wichtigste Arbeit als Serviceberater ist die Annahme des Kunden, am Morgen zu erklären, von den Arbeiten, die durch den Tag ausgeführt werden, weiter zu koordinieren mit der Werkstatt und zu kalkulieren von den Zusatzarbeiten und die Mobilität natürlich sicherstellen vom Kunden, wie man von uns fortkommt, wie man durch den Tag ohne sein Auto auskommt. Die Voraussetzung für die Weiterbildung ist sicher eine presseassistente Persönlichkeit, die auf dem neuesten Stang bezüglich des Autos sein möchte und genauso Freude hat an Dienstleistungen am Kunden. Die Weiterbildung ist mit einem täglichen Aufwand verbunden, wo man gängig dran bleiben muss. Weil sie in die Branche bezogen ist, fällt das aber eher leicht. In dieser Weiterbildung sind auch Themen, die ich vorher nicht gekannt habe, wie Buchhaltung, Recht oder Gesprächsführung. Das macht die Weiterbildung extrem vielseitig, abwechslungsreich und spannend. Ausgebildete Mitarbeiter zu haben, die sich weiterbilden, ist das A und O, die Autobranchenverlangung, der Herstellungsverlangung. Der Betrieb profitiert natürlich ganz klar von einem guten Know-how, den man täglich anwenden kann, von Erfahrung. Und das ist das, was bei uns erzählt. Ich bin schon als Kind viel in meiner Freizeit in einer Autogarage gewesen und habe dort meine Faszination zum Auto entdeckt. Ich bin mir sicher Autoprüf-freie Zukunft, weil der Individualverkehr und die Vernetzung immer zunimmt. Und es braucht uns für die Mobilität sicherzustellen. Die Weiterbildung hat mir mit dem breiteren Wissen die Sicherheit gegeben, in jeglichen Situationen professionell für einen Kunden da zu sein. Von dem profitiere ich und von dem profitiert auch mein Betrieb. Von den Menschen-Ferrin zum Auto entdeckt! Grundschen, die noch ein Gewicht aussehen und von der Fahrt in den Rigen! Mit der Luft ist, wenn der Luft ist. In dieser Luftsäuern.